Tschüssi! Mein Lieben gris euch! Wir wünschen euch einen wunderschönen vierten Advent. Wir sind mit unserem Jägerpunt schon ganz gut dabei und wir haben es uns gemütlich gemacht und wir haben heute was ganz spezielles für euch. Es gibt heute einen Jahresrückblick von SILS City und da fällt mir sofort das erste Highlight ein. Das erste Highlight war der Mike. Wir haben unser Jahr schlagzeugerlos angefangen, aber wir beenden es nicht schlagzeugerlos, wie ihr zwei Personen schon wisst. Zum Glück. Zum Glück. Ich glaube es war so Mitte Februar ungefähr, da haben wir ein paar Audition Videos bekommen. Unter anderem von dem wunderbaren Mike. Und die Denise hat einfach nur gemeint, nachdem sie dieses Video gesehen hat. Er muss, das ist er. Er muss. Er ist es. Und es war es. Es war einfach ein perfektes Match. Und wir haben die erste Session mit ihm gehabt und wir haben so gedacht, wir spielen mal fünf Nummern mit ihm durch. Und aus den fünf Nummern sind so sechs Stunden Session mit Songwriting geworden. Und ja, wir sind noch immer. Er lebt noch immer. Wir mögen uns. Wir mögen uns noch immer. Und schaut mal kurz rein, was uns da geschickt hat. Quasi dieses Phil Unglaublichkei. Eigentlich ist er doch nicht so gut. Wir haben uns tatsächlich gedacht, wie wir mit Mike das erste Mal über die Band und so geredet haben, haben wir uns gedacht, man, das ist schon so, als wäre aufgäbig bei uns dabei. Wir verdrangen uns so gut. Alles ist total leihwand. Obwohl wir gerade das erste Mal quasi miteinander reden. Naja, na, ok. Also... Was? Na! Wir verwegen uns ja alle schon ein bisschen länger in der Szene herum. Und ich weiß noch, ich habe 2014 oder 2015 hat mich mein Papa mitzahlt zu einem Konzert von euch im Replugged. Und der Hel ist mit einem Hut vor der Tür gestanden beim Replugged. Warte mal, war das unser Debüt? Es war auf jeden Fall so, dass er mit dem Hut vor der Tür gestanden ist und Newsletter-E-Mail-Adressen gesammelt hat. Und die haben wir einfach... Das war euer Debüt-Gig. Das war euer erster Geek. Ich habe euer ersten Geek. Oh mein Gott. Oha. Cheers. Auf uns, auf dich, Mike. Sehr viele Sachen. Da versuche ich zu Recht. Echt jetzt. Was war denn das? Christoph? Wer weiß es? Bitte erzählen wir uns. Also bitte erzählen wir uns. Christoph, wir brauchen dich. Welcher Datum war unser Debüt-Gig? Schreibt es in die Kommentare. Dankeschön. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch kurz danach gesehen am Frequency-Festival. Da gab es einen eigenen Camping-Bereich für die Bands. Genau. Wir haben miteinander eine SEDC-Nummer gekovert. Klar, wenn wir das sehr erinnern. Wir haben auf jeden Fall miteinander geredet und wir auch. Klar. Die Quintessenz ist, wir kennen den Mike eigentlich schon länger. Jetzt ist er in der Band und wir mögen ihm einfach noch mehr aus vorher. Er hatte damals schon seine Cameo-Auftritte. Cameo! Am Ende des Tages, also im Februar, haben wir dann tatsächlich einen Schlagzeuger gehabt mit einem wunderbaren Mike. Irgendwie gehört es dann halt auch auf die Bühne. Mit dem ganzen Lockdown und dem ganzen Zirkus. Ihr wisst eh, wie es war. Dennoch haben wir es dann relativ bald auf die Bühne geschafft. Und wir sind da dann ziemlich auch über unsere eigenen Grenzen rausgegangen. Wir waren Showband. Für Jägermeister Bingo Sounds. Und das war der erste Gig von Mike. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Sehr cool. War eine coole Sache. Cooles Team. Coole Erfahrung. Und unser Auftritt ist für immer und ewig einfach festgehalten worden. Und da werden wir jetzt auch kurz reinschauen. Ich zeige euch das jetzt. Juhu! 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 In Blackwater fly, as people pass by Enjoy your blood and have no fear The one night lands, the waters are chill Don't have to take jump, jump on the cliff Jump, jump on the cliff The meaning of life is to live Don't have to take a jump, jump on the cliff Don't have to take a jump, jump on the cliff Prost, Prost, Prost! Also an diesen ersten Gig mit dir werden wir uns, glaube ich, noch lange erinnern Ja, wir haben ganz, ganz selten Lieder nur ungefähr 5 Sekunden lang gespielt Jaaaa Da warst du ja Hinkebein, oder? Ja, ich war auch Michael Hinkebein Und ich habe mich direkt bei der Anstelle der Raststation verletzt Stimmt Da hast du mich einfach volle Wäsche aufgebracht Du warst da so nervös, Geist, gell? Total nervös Ja, voll Ja, bei uns dreht sich aber dann doch nicht immer noch alles um Musik Also im August haben wir dann eine super coole Bandwoche verbracht Wo wir einfach eine super schöne Zeit gehabt haben in Rust Wir waren in einer Pfahlbauhütte, direkt am Wasser, mit einem Boot Und sind jeden Tag rausgefahren Zum Urlaub Zum Urlaub Es war so romantisch Nix machen So romantisch Wie viele Gelsenstiche hast du gehabt? Ja, klar die Frage Alle Alle Gelsenstiche Ich habe alle Alle Gelsenstiche Nein, es waren tatsächlich Ich bin heimgekommen und habe mir gedacht Okay, ich muss jetzt mal nachziehen Ich habe meinen ganzen Körper abgezählt Es waren 115 Stiche 115 Gelsenstiche Die Wochen danach, wie es euch vorstellen ging War nicht so toll Ehrlich, ehrlich, ehrlich Aber es war cool Es war echt eine tolle Woche Es ist immer so eine Sache, ob man musikalisch zusammenpasst Und ob man miteinander arbeiten kann Ob der Workflow gut ist Man muss es auf jeden Fall auch, wenn man später vorhat auf Tour miteinander zu gehen Muss man es einfach miteinander aushalten Auch vielleicht auf engeren Raum In einer längeren Zeit Und der Urlaub miteinander war noch einmal die zusätzliche Bestätigung Hoffentlich nicht mehr für mich Für euch wahrscheinlich auch Wir führen eine Beziehung Es ist einfach, dass es auch langfristig passt Auch wenn man einfach nur einmal miteinander chillt Und über das Leben redet Und miteinander Brot fahren geht Und miteinander grillt und so Das hat alles passt Stimmt, und die Hütte war nur unwesentlich größer als ein Tourboost Ich habe mir genau die Woche erwischt, glaube ich, wo diese Sternschnuppen-Woche war Und ich habe halt echt ungelogen 20, 25 Sternschnuppen gesehen in der Nacht Das war echt schön Echt? Es wäre cool gewesen, wenn du das auch 115 gesagt hättest Das wäre cooler gewesen für euch, ne? 115 Sternschnuppen Ich habe sie abgezählt Für jeden Gelsenstich Auf den ist ihr im Körper Ja, wir müssen ja gleich schwingen da Aber das wäre es wert, oder? Eine Person opfert sich für die Gruppe Also ich finde das was wert Bitte, Conny Merry Christmas Now when do I get paid? Nein, aber da haben wir auch auf jeden Fall ein paar Eindrücke für euch Ich glaube, die sind es wert Ich glaube, wir zeigen ein paar Sachen Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Wir sind die Echten Ja Die Echten sind Sittis 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 Und es kommt Verfolgen Sie dieses Fahrzeug Eiei Captain Volle Kraft voraus Schnell Schneller Geht mein Bestes Es funktioniert nicht Entkommt Nein Wir müssen perfekt in den Windschatten liegen Das ist wie ein Super Mario Kart Kabalier bitte Ich habe einen Hänger gesehen Verfolgen Sie dieses Fahrzeug Ich bleibe komplett stehen bei der Steine Es ist ja gar kein Windschatten wie beim Autofahren Es treibt sich komplett lecker da Mayday, Mayday, we are thinking What are you thinking about? Halt, Halt mich, Halt mich, Halt mich Halt mich, Halt mich Halt mich, Halt mich Trink ich, Sorge Trink ich Halt mich, Halt mich Danach ist es wieder auf die Bühne gegangen Oder besser gesagt auf den Bus Einmal nicht in den Bus Sondern auf den Bus Wir haben nämlich am Donauinselfest Bus gespielt Es war super cool, super nett Und gute Leute getroffen Aber es war halt auch super eng Aber ich glaube die Party hat für uns gesprochen Und für das Publikum Es war so geil Danke für alle die dabei waren Jaaaa Ja weil kurz davor haben wir ein ziemlich hartes Konzert gehabt Das Spiel Italien Österreich war Konkurrenzveranstaltung Stimmt Zu unserem Geek in der Szene Aber die Szene war trotzdem voll Weil keiner Österreicher glaubt hat Ich hab halt auch gespoilert und hab gesagt Ich spür aus Genau Jedes Mal wenn ich mich gefragt hätte Hab ich gesagt Ich verrate jetzt was Wir verlieren Ja dann müssen wir jetzt auch kurz was herzeigen Vom Donauinselfest Check it out Wir schauen uns auf 1 dürfenira thhésitez Wir 2 essen Wir sind Wow Wir kommen Und Ja, der Donauinselbuchs war aber sehr lustig, weil das Publikum hat uns zwar gesehen, aber ich habe das Publikum gesehen, Peter Balken. Ja, du, ja, der Balken von Exxon. Es war ein cooles Feeling. Ich meine, wir haben echt fast keinen Platz gehabt, weil es hat jeder seinen kleinen Bereich gehabt, wo ich irgendwie, ja, wie im Gefängnis irgendwie abgeschirmt war. Aber es war eine coole Experience. Ich glaube, wir haben jetzt schon über Urlaub geredet, wir haben über Live geredet, aber wir sind doch ein wenig kreativ in den letzten Monaten gewesen. Heuer war es eigentlich soweit. Wir waren im Studio. Wir sind jetzt auch noch immer in dieser heißen Phase von der Produktion. Und wir freuen uns total auf diesen Moment, wenn wir es endlich nächstes Jahr mit euch dann wirklich teilen können. Und seid gespannt. Wir freuen uns wirklich auf nächstes Jahr. Wir hoffen auch, dass wir ganz, ganz, ganz viel Live spielen können für euch. Und ja, dass wir neue Musik mit neuen Videos präsentieren können. Aber auch für ganz viele neue Menschen. Also teilt die Videos, sagt es den Leuten, dass wir euch freuen. Bitte, bitte. Wir brauchen euch alle. Jeden Einzelnen da draußen. Jeden Einzelnen. Jetzt zeigen wir euch ein paar Sachen vom Studio. Leute, hello. Hi. Wir sind gerade in Graz gelandet und sind am Recorden. Studio Time. Wir sind gerade in Graz gelandet. Wir sind gerade in Graz gelandet und sind gerade in Graz gelandet. extra Konella spielen. Der Cornelius spielt heute den Bass. Den Bass, den spielt sie. Scheiße, jetzt bin ich. Ha. Du Bruletto. Ernsthaft. Ha. 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 Ihr Lieben, das war jetzt unser Jahresrückblick. Wir haben echt viel Spaß gehabt, was wir sagen. Weihnachten steht vor der Tür. Ein Video haben wir noch für euch. Und ja, passt alle gut auf euch auf. Und wir sehen uns am 24. Tschüss. Untertitelung. BR 2018